Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum weiteren Video. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, warum denn so viele Diäten eigentlich scheitern. Ich habe da mal in meine 30-jährige Vergangenheit zurück überlegt und habe da ja einiges an Erfahrung sammeln dürfen, auch mit dem Scheitern. Und ich sehe das ja auch bei vielen anderen Leuten, dass es da bestimmte Muster gibt, die sich immer wiederholen. Und darum geht es heute. 5 Frustgründe, warum die meisten Diäten scheitern. Ich habe euch das mal hier vorbereitet auf dem Monitor. Schauen wir mal hin. 5 Frustgründe, warum die meisten Diäten scheitern. Zu viel auf einmal abnehmen. Das ist eigentlich einer der Fehler oder einer der Frustgründe, der fast mit am schlimmsten ist, sag ich mal. In Anführungsstrichen am schlimmsten ist, weil es gibt viele Leute, die am Anfang hochmotiviert an die Sache rangehen und dann mit Null-Diäten oder sonst was innerhalb von einer Woche 3, 4, 5 oder 7 Kilo abnehmen. Mir ist es mal gelungen, in einer Woche 7 Kilo abzunehmen. Natürlich auch mit so einer gekloppten Null-Diätsache. Das Problem dabei ist, wenn du gleich am Anfang so viele Kilos abnimmst, das gelingt dir vielleicht auch noch in der zweiten Woche, aber in der dritten Woche kommst du dann zu einem Stillstand. Oder du nimmst halt nicht mehr 2, 3 oder 4 Kilo ab in der Woche, sondern eben auf einmal nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, 1 Kilo. So, und was passiert dann in deinem Kopf? Wenn du dir das, also in deinem Kopf ist zum Beispiel die Abnahme von 7 Kilo, die ist hier oben drin, die ist abgespeichert. Das, was du in der ersten Woche abgenommen hast, wo du dich gequält hast, Sport gemacht hast, nichts gegessen hast und so weiter. Und diese Marke, die ist in deinem Kopf verankert. Sagen wir mal, diese 7 Kilo ist in deinem Kopf verankert. Und wenn du jetzt in der zweiten Woche 2 Kilo abnimmst, was immer noch viel ist, ist es trotzdem verankert, dass du weniger erreicht hast, als in der ersten Woche. Das heißt, du fühlst es nicht als wirklich ein Erfolg, sondern du hechelst immer diesen großen Erfolg der ersten und vielleicht auch dann der zweiten Woche hinterher. Und das führt auf Dauer zu echt Frust. Die meisten hören dann schon nach 2-3 Wochen auf, weil sie dann feststellen, okay, jetzt stagniert mein Gewicht. Das liegt auch einfach daran, dass man am Anfang nur das Wasser rausgepresst hat. Aber tatsächlich sind die Fettzellen ja immer noch da. Das dauert halt eben etwas länger. Also, der erste Grund, der erste Frustgrund, warum die Dehäten scheitern, dass man am Anfang viel zu viel abnimmt und danach diese Werte nicht mehr erreicht und sich dadurch selber eigene Erfolge verbaut. Gucken wir mal auf Grund Nummer 2. Fitnessstudio-Jahresvertrag. Der liebste Kunde eines Fitnessstudios ist der Kunde, der sich anmeldet mit einem Bankeinzugsverfahren und dann nicht wieder hingeht. Warum? Weil das Geld kommt und derjenige benutzt die Geräte nicht. Er kann auch nichts kaputt machen. Und es ist Platz für andere. Ja, das muss man sich ein bisschen nochmal überlegen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man sagt, so, jetzt will ich aber abnehmen. Jetzt ist man hochmotiviert, erste, zweite Woche. Man geht ins Fitnessstudio. Dort wird einem gesagt, komm, wir machen erstmal ein Probetraining oder du kriegst einen Probemonat für einen Sonderpreis. Es gibt auch ein Fitnessstudio oder es gibt Fitnessstudio, die bieten ja auch drei Monate zum Probepreis an. Und es gibt dort einige, so wie auch ich das mal gemacht habe. Ich bin hingegangen und habe gesagt, nein, ich will gleich einen Jahresvertrag. Das muss sich lohnen und wenn ich das bezahle und einen Jahresvertrag habe, woran ich gebunden bin, dann gehe ich da auch regelmäßig hin. Kostet ja Geld, das tut mir weh. Wollen wir mal wetten, dass du da nicht regelmäßig hingehst. Nach zwei Wochen, nach drei Wochen, wenn dir alle Muskeln wehtun, weil du am Anfang da ständig hingelaufen bist und völlig frustriert bist, weil du damit mit keinem vernünftig reden kannst, weil alle ihre Ohrstöpsel drin haben oder ständig auf irgendwelche Monitore gucken und dir alle Knochen wehtun, alle Muskeln wehtun, dann gehst du schon mal eine Woche nicht mehr hin. Und aus zwei wären drei Wochen und dann vier Wochen und so weiter und so weiter. Den Frust, den siehst du alle vier Wochen auf deinem Kontoauszug. Wollen wir wetten? Punkt Nummer drei. Kleidung und Utensilien kaufen. Fruchtspunkt Nummer drei. Kleidung und Utensilien kaufen. Ich muss das nochmal wiederholen, weil das auch ganz viele machen. Mir eingeschlossen. Da geht man am Anfang los und sagt, so, jetzt will ich richtig schön Sport machen. Dafür brauche ich aber Shorts und T-Shirts und dann brauche ich noch eine Pulsuhr und eine gute, sondern auch keine billige sein oder vielleicht ein neues Fahrrad oder, oder, oder. Also man gibt viel Geld am Anfang aus. Und bei den Klamotten ist es so, man will ja auch nicht die schlechtesten haben. Man will ja nicht rumlaufen wie, ähm, wie so ein, jetzt hätte ich fast was gesagt. Man will ja nicht schlecht gekleidet rumlaufen, ja. Ähm, dementsprechend kauft man sich dann auch Markenware, weil man im Fitnessstudio dann auch vernünftig aussehen will. Für viele ist aber das Problem, richtig schicke Kleidung, Sportkleidung gibt es nicht in Übergrößen. Und dann pellt man sich, und ich habe es gesehen, ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es bei anderen gesehen, die haben sich dann in Sportsachen reingepellt und haben ausgesehen wie eine absolute Wurstpelle. Dann sind sie ins Fitnessstudio gegangen und wundern sich, dass die anderen Leute komisch gucken. Dann landet das ganze Zeug, Laufschuhe, ähm, teure Sportutensilien, Pulsuhren, Fahrräder, das landet dann alles im Schuppen, dann bleibt es doch noch liegen, hat viel Geld gekostet. Irgendwann kramt man es mal wieder raus, weil man sagt, so jetzt, doch mal Sport, doch mal Sport. Und dann passt man selbst in die Klamotten nicht mehr rein, weil man zwischendurch noch nicht Geld geworden ist. Ja, ja, selbst erlebt und dann hast du den nächsten Frustpunkt auf deinem Konto. Punkt Nummer vier. Fasten oder einseitige Diäten. Das ist eine Falle, auf die bin ich und auch ganz andere reingefallen. Ganz viele andere reingefallen. Und zwar, die meisten versuchen am Anfang so viel abzunehmen wie möglich. Das haben wir ja schon bei Punkt eins gesehen. Und da wird dann sehr häufig mit einer Fastenkur gestartet. Das nennt man dann Entgiften, ja. Oder man isst tatsächlich nur noch so eine 500-Kalorien-Diät. Oder man macht sonst irgendeinen einseitigen Quatsch wie nur noch Gemüse. Oder macht eine Atkins-Diät, also nur noch Fleisch und Fette. Ja, also man macht solche einseitigen Diäten und reduziert dadurch den Kalorienbedarf, den man sonst normalerweise auch hat. Das Problem dabei ist allerdings, dass dein Gehirn auf deine Gewohnheiten eingestellt ist. Und das Gehirn muss sich erstmal umprogrammieren. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht ein bisschen. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest und stellst dein gesamtes Ernährungskonzept, wenn man es sein Konzept nennen darf, stellst dein komplettes Ernährungskonzept um, auf was gesundes oder was sehr kalorienarmes, dann hast du ständig Heißhunger auf das, was du vorher gegessen hast und was dir unter Umständen geschmeckt hat. Fettiges, Pizza, Burger, Süßigkeiten, Schokolade und so weiter. Ich bin ja ein bekennender Schokoholik und gönne mir auch in meiner Abnehmphase Schokolade. Allerdings achte ich darauf, dass ich trotzdem am Tag immer noch in meinem Kalorienhaushalt bin. Das ist mir besonders wichtig. Ich habe einfach die Erfahrung gemerkt, wenn ich meine Ernährung umstelle oder umstellen muss und dann alles Mögliche esse, was ich überhaupt nicht mag oder weil es halt null Kalorien hat, dann dreht mein Gehirn durch. Mein Gehirn will dann bestimmte Dinge einfach haben. Ich habe dann Heißhunger, gehe dann völlig gestresst durch den ganzen Tag. Das tut mir nicht gut und das tut meinen Mitmenschen auch nicht gut. Es macht keinen Sinn, seine Ernährung von 0 auf 100 umzustellen, sondern das sollte man nach und nach machen. Das ist das, was ich euch in diesen Videos ja auch zeige. Das heißt, ich nehme mir Dinge, die ich mag und setze sie anders ein. Oder ich suche Alternativen, die dem sehr ähnlich sind, allerdings wenig Kalorien haben. Und so habe ich insgesamt dann die große Chance, dass ich auch abnehmen kann. Etwas mehr Bewegung, etwas weniger Kalorien und so komme ich dann auch auf mein Kaloriendefizit und so kann ich dann auch jede Woche abnehmen. Gelingt mir bis jetzt ja auch. Kommen wir jetzt zu Frustpunkt Nummer 5. Und zwar alles auf einmal umstellen. Und das ist tatsächlich einer der größten Gründe, warum die meisten Diäten scheitern. Man muss sich vorstellen, man hat ja Lebensgewohnheiten. Und das Gehirn ist auf diese alte Lebensgewohnheit programmiert. Das heißt, wenn man nach Hause kommt, entweder holt man sich von unterwegs was, von der Imbissbude oder eine Pizza oder irgendwas, was einfach und schnell nochmal eben zu machen ist. Legt sich dann aufs Sofa, macht den Fernseher an und dann haut man sich abends noch eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade oder beides rein. Und das ist halt in allem verankert. Wenn man jetzt sagt, hey, von heute Sonntagabend auf morgen Montagfrüh stelle ich jetzt alles komplett um. Das heißt, ich will jetzt auf einmal abnehmen, ich gehe ins Fitnessstudio und melde mich da gleich an. Und morgen Abend gehe ich dann zu Karstadt Sport und kaufe mir neue Schuhe. Und gleichzeitig esse ich aber morgen den ganzen Tag nichts oder nur Möhrchen oder was auch immer. Dann versucht man sich komplett aus seiner alten Gewohnheit rauszunehmen. Und dein Körper, dein Gehirn wird sich den ganzen Tag, jeden Tag melden und rebellieren und sagen, nee, heute gehst du mal nicht ins Fitnessstudio. Ach, eine Tafel Schokolade geht noch. Stell dir vor, du hast auch eine Tüte Chips zu Hause. Dann isst du sie am Dienstagabend dann doch und machst dir dann eine Packung Nudeln. Und ratzfatz bricht diese ganzen Vorsätze, die man sich gemacht hat, wieder zusammen. Und es kommen überall so kleine Ausnahmen und Ausreden. Und nach spätestens zwei Wochen bist du wieder in einem alten Trott und hast im Ernstfall mehr zugenommen als abgenommen. Auch, dass das mir schon passiert, deswegen kann ich da durchaus aus eigener Erfahrung sprechen. Das waren jetzt fünf Frustgründe, warum die meisten Diäten scheitern. Aber es gibt noch einen sechsten, der ist so wichtig und ja, das ist eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt. Das ist der Punkt Motivation. Und zwar eigene und Fremdmotivation. Daran steht und fällt alles. Oder damit steht und fällt alles. Dieser Punkt ist so wichtig, dass ich dort in einem extra Video nochmal drauf eingehen möchte. Ich wünsche euch viel Disziplin beim Abnehmen. Lust, Spaß an der Freude. Macht nicht alles auf einmal. Eins nach dem anderen. Ich mache das auch. Zeig, wie es geht, wie es funktioniert. Und wenn ihr euch meine Videos anguckt, könnt ihr ja einen Teil mitmachen. Dem einen oder anderen geht es vielleicht zu langsam. Ich bin der Meinung, dass die langsame Umstellung genau das Richtige ist. Das heißt, je mehr Gewicht ich verliere, umso mehr erhöhe ich langsam den Sportanteil. Und peu a peu stelle ich meine Ernährung ein wenig um. Ich möchte nichts anderes als ein Kilo Maximum in der Woche abnehmen. 750 Gramm ist mein Ziel. Mal liege ich vielleicht drunter, mal liege ich etwas drüber. Aber ich werde jede Woche abnehmen. Bisher war es im Schnitt ein Kilo die Woche. Also kann doch mein Weg nicht so verkehrt sein, oder? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.